Gut, mehr über Borde, oder was? Ja, ich vermischt, ich vernichte dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich weiß nicht, ob es so klang, als hätte ich das fast gesagt. Oder ob es einfach nur deine Antwort ist. Also man kann es auch hören, als einfach nur ich sage so, ich vernichte dich. Du so, ich vermisse dich. Ich habe es rausgehört. Gibt es einen Grund, dass sie es nicht patchen können? Was ist das? Was ist mit dem Goomba passiert? Das habe ich noch nicht gewusst, dass die überhaupt so interaktiv sind, da, die Pool-Goombas. Der ist richtig die Treppen runtergefallen, der Arme. Ich habe irgendwie Angst, meine Hand zu treffen, wenn ich die Nuss festhalte. Ich mache einfach so, oder? Ich glaube, ich bin nicht besonders zielsicher, was das angeht. Okay, ein bisschen weniger Force. Ein bisschen weniger Dolle. Denkt die Person, die das gemacht hat, dass der mit dem Vornamen Toad und mit dem Nachnamen Swerve heißt? Swerve klingt wie so ein Verb. Digga, Toad ist so am Swerven. Weißt du, was wir noch haben? Was denn? Pizza, 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 Bonana, Fana, Fana, Kavana, Bonana, Karnibalismus Aber das sieht nicht. Endlich wieder eine Map, die ich auch auswendig kann Gente, jetzt muss ich hier nicht so... Oh, danke. Okay, aber die Physik ist ein bisschen anders als früher Was? Bro, das jetzt das vierte Mal, dass die Nummer 53 kommt? Warte, was? Was? Wie ist das passiert? Das war 52, das ist 53, das ist auch 53. Darauf habe ich halt überhaupt nicht geachtet, weil es mir völlig egal ist. Geil. Da sind das ja auch viel mehr Songs. Ey, joh, herzlich willkommen nochmal für die 1.000.000 Views, Mann. Ey, danke, Mann. Das war echt furchtbar. Das war echt scheiße. Weißt du, wer... Nee, komm. Ja, nochmal. Nochmal. Ja, das machen wir nie wieder. Ich wollte gerade hier auf meinen Schreibtisch schlagen, aber da ist Nicole's Zeichentablet, deswegen ging das nicht. So. Was? Warum? Hä? Hä? Die Konsole steht gar nicht auf diesem Schreibt? Hä? Ich musste nichts machen, es ist wieder da. Es war nicht mal so ein echter Rage. Du musst legit nur rumlaufen und Saiten einsammeln. Ja, aber... Wisst ihr? Kommt auch noch in dieser Phase mit den Armen, die ich nie sehe. Ja, gut, dass ich da nicht hingeguckt habe. Das kommt nie vor. Easy, keiner mit dem Pilz. Keine Grüne, die mich snipt. Huhuhuhu. Guter Versuch. Gott, hätte mich das wütend gemacht. Guter Versuch. Das klingt jetzt wie der Käse. Einfach Augen zu und durch. Ich habe... Oh mein Gott, ich habe auch... Ich hasse dich, du dreckiger. Das war... Das war Anonymous. Das war... Na, bitte mach es nicht falsch, Johnny. Sei irgendwie clever. 39 und... Mach ihn besonders sexy. Ja, es kann nicht jeder immer abliefern in diesen Momenten. Man ist manchmal einfach nervös und... Das ist kein Problem, das ist menschlich. Okay, das könnte irgendwie... Das könnte auch richtig wild werden. Das sieht aus wie eine Art... Ja, das stimmt. So sieht es halt wirklich aus. Noch ein Video zu haben, dann wäre ich aber nicht zufrieden mit dem Video und... Ich wechsle da mal kurz meinen Channel von... Mein Trashman zu dem, wo ich YouTube Primo habe. Und dann können wir die Werbung... Dann können wir weiter Musik hören. Okay, liebt Johnny mich. Du heißt sogar mich mich. Also lieb... Lieb ich mich mich. Liebt mich. Guck mal, das steht da jetzt. Jetzt steht da dein Name. Boah, ist das vielleicht die Challenge, die ich heute hinkriegen könnte? Die könnte auch richtig in die Hose gehen, aber eventuell... Hi, Hoki. Sag mal Tomate. Was machst du? Meine Oma, wenn ich Tomate sage. Hier würde ein extrem lustiger Text stehen, wenn mir einer einfallen würde. Boah, ey, das ist echt unangenehm, dass du keinen Text hast, oder? Imagine, das würde jetzt so eine Situation sein, die öfter als einmal passiert in deinem Leben. Wo alle einfach merken, wie unkreativ du bist. Hier würde ein extrem lustiger Text stehen, wenn mir einer einfallen würde. Junge, also ich finde, da könntest du ja eigentlich auch echt was besseres überlegen. Also es gibt spannende Sub-Nachrichten tatsächlich. Hier würde ein extrem lustiger Text stehen, wenn mir einer einfallen würde. Hä, was ist das Scheiße? Wieso bleibt das nicht einfach da? Ja, was ist das Scheiße? Was ist das, was ich so... Warte, ich muss... Was ein Song. Time. Time. Ich wollte zumindest nicht so time. Digga, er ist komplett wieder verreckt. Sein halbes Gesicht fällt runter. Aber für eine Millisekunde war er fertig. Mit Augen. Flawless. Digga! Schleim. Davon... Damit kenne ich mich aus. Hä? Hä? Er hat das N noch grafisch übernommen. Wer kennt es nicht? Schleim. Das ist, wenn es nicht... Wenn es nicht schnupfen hat. Ey, meine Zunge brennt. Mein Rachen hustet. Mein Rachen hustet. Das war ja so schlecht. Ist das die Nickelodeon-Version? T-Dash. Oh mein Gott. Easy. Und jetzt... Mein Magnum Opus. Fucking unfair. Wollen wir zum Best Dream zusammen anschauen jetzt? Würdest du sagen, Flicken-Lick ist eine gute Sexpraktik? Oh, oh. Hallo, Moggi. Hallo, Moggi. Nö. Ich habe wieder nicht da abgeschlossen, wo... Wo der Checkpoint gewesen wäre. Wie so ein magischer Hockey. Hat er das Game? Oder sucht sich das Game einfach nur raus? Ach, ich spiele als Hockey. Oh mein Gott. Hockey hat sich hier auf Steam eingeloggt. Ich habe Hockey Steam-Account. Nein. Jetzt habe ich ungewollt Hockey ein Game gekauft. Das war für mich. Was haben denn diese beiden Gegenstände... Ich meine natürlich... Was haben diese beiden Gegenstände denn gemeinsam? Ach so. Ja, ähm, ja. Das sind beide Schirme. Okay. Dann stelle ich jetzt nochmal eine komplett unrelatede Frage dazu. Im Auge beint. Wollt ihr mich verarschen? Was? Okay. Wer weiß jetzt instant, was das ist? Und ihr halt auch, hä? Einige von euch... What the fuck? Als ob das wirklich die Minecraft-Wolken sind. Gloomy Ghost. Yeah. Mit sieben Monaten am Start. Streber-Gesicht. Streber-Gesicht. Ach so. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Oh, ich dachte, er beleidigt mich komplett weg. Kann ich ein Streber-Gesicht im Chat haben? Das ist ein Chat. Das ist ein Streber-Gesicht. Was haltet ihr von einem Hotdog mit Zwiebeln und Zick-Zack-Senf? Alter, Zick-Zack-Senf. Aber warum senftst du so zick-zack? Space-Squid. Ich hab wirklich gleich Cthulhu. Ich hab sogar Cthulhu gecallt, bevor ich fucking Among Us hab. So. Für die Treue für das Spiele nachreich. Das muss Absicht gewesen. Was? Vielleicht doch nicht so schlecht, dass du ein bisschen weniger live gehst. Das ist der nächste Zeit. Ist dir vielleicht ein bisschen zu Kopf gestiegen, das ganze Ding. Kann das sein? Warum musst du denn in der Sekunde reinkommen? Willkommen im Spiele-NATO-Recht, Chat, was geht? Bist du sicher? Pass auf. Nummer 7! Das ist einfach nur, um meine Stimme zu schreien. Sorry, Philipp. Was soll das überhaupt bedeuten? Hey, Fully. Ja, ich seh dich durch das Chat-Fenster. Guck mal, was ich gerade reingetippt hab. Ich mach kurz zu Ende. Ich kann nicht... Ich war schon dabei. Man kann das bei mir konfirmen, dass ich schon dabei war, das zu steifen. Der kommt, Johnny, als Sieger, schlake 575 Euro. Damn! Nice! So, nein, falschrum. Ich hab Konfetti falschrum aufgemacht. Oh mein Gott. Das war ja perfekt, Junge. Einfach komplett durch. Ich dachte, wie so eine Flasche... Oh mein Gott. Halb Train! Okay, so krass ist es vielleicht doch nicht. Ich glaube, meine We-Verbedingung ist nicht ready für die Höchstleistung, die ich jetzt brauche. Ja, hab mich gefreut. Hahaha. Du bist eine kleine Drecksau, weißt du das eigentlich? Oh. Was? Du bist eine Drecksau.